Also das eine ist, dass man ruhig bis zum Rauchstopptag noch weiter raucht, aber an dem Tag selber wacht man dann als Nichtraucher auf. Man nimmt sich vor, ab dem Tag keine einzige Zigarette mehr zu rauchen. Das Problem ist oft, wenn man mit dem Rauchen dann aufhört, dass man Entzugserscheinungen bekommt. Und da gibt es zum Beispiel Nikotin-Ersatzprodukte, Nikotin-Kaugummen, Nikotin-Spray, was gut hilft in den ersten Wochen beim Rauchstopp. Der Hausarzt, die Hausärztin kann auch da gut beraten, bis der Hausarzt, Hausärztin weiß, wann zum Beispiel die Nikotin-Ersatztherapie sinnvoll ist oder nicht. Es gibt auch Medikamente, die man einsetzen kann, für den der Weg schon zu weit ist zum Hausarzt. Gibt es auch das Nichtrauchertelefon. Die Telefonnummer steht auf jeder Zigarettenpackung drauf, ist sieben Tage die Woche erreichbar, kann man umsonst anrufen. Es braucht manchmal mehrere Anläufe, um wirklich für immer rauchfrei zu sein. Aber jeder Versuch bringt einem dem Ziel näher.